Ich hänge fest, ich hänge fest und bugge. Tab 1. Alter, rechts, rechts. Nein. Ne. Unmöglich. Ich bugge, hab ich, ist tot. Ey, das muss ihm peinlich sein. Down. Bei mir. Oh, Incendio. Massiv muskulöse Macho-Monstermann- und Metzl-Meister. Der Megalodon-Tetzel. Ich begrüße euch recht herzlich, meine wunderschönen Freunde. So, Chad, wir haben heute Hunt Showdown ein bisschen Warm-Up vor dem Stream gemacht. Und ich habe heute extra ein hübsches Niki für euch angezogen. Entschuldigung. Voll Parsel. Na. Setzt immer noch da. Fünf Meter, der sitzt direkt neben mir. Fark, der pusht mich. Ich hänge fest. Ich hänge fest und bugge. Ich kann mich nicht bewegen. Alter, was ist das? Sorry. Panik-Modus. Sag doch, dass der eine eine Bombe lens hat. Das wusste ich nicht. Tetzel mit Sharingan. Ha, ha, ha. Monkey-Kyu Sharingan. Ich fand, das war eben schon ein Highlight, wie ich geschrien habe. Wie eine Madame in Nöten. Da ist anscheinend der andere Boss, ja. Hab ihn. Oh, insane. Hunt. Ich zog kein Ark. Ne. Was denn mit einer Frau? Nein, das ist New World. Das hier ist Hunt. Ark. Das hier ist Ark. Ich spiel keine Ark. Aber das ist jetzt Ark. Man erschießt andere Spieler, Zombies, Monster, kleine Jungs, die freche Fragen stellen. Kann die malen. Roxo meinte Hacker. Ja, Zombies halt. Sind denn Zombies anders als Kann die malen? Zieh dir doch mal ein T-Shirt an, Mann. Kannst du bitte nicht in meinem Zimmer rumstehen und halt nackt sein? Wieso verursacht das Dinge bei dir? Jonas? Das ist meine stärkste Waffe. Keine Ahnung. Dieser Dialog, Masi. Hast du gerade geschissen? Mach schädig raus, Alter. Mach das, du rauskommst hier. Mach die Tür. Ist das dein Ernst? So, wieder da. Sorry. Wer war gerade in deinem Zimmer halt nackt? Ach, lol. Okay. Habe ich Mikro angelassen? Ja, sag. Jetzt brauchst du dich nicht muten. Hast du Brüste gesehen? Nee, nee, nee. Lol, 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 lol. Der Nerv ist mein Mietbewohner, war gerade in meinem Zimmer. Ach, der Nerv ist gerade zu Besuch. Der rennt hier mal halbnackt durch die Gegend, wenn die zocken. Ohne Hose oder ohne Shirt? Nee, oben, 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 oben. Der muss hier nicht in meinem Zimmer so stehen. Es wäre halt echt... Zum Schluss wollte er irgendeine starke Waffe sehen und scheißt mir dann hier in die Bude, also. Du hast da einen Haufen Schwerter und so ein Kram, oder? Ja, ja, Waffen, Schwerter, hängt 2RKs an der Wand. Das sind die Momente. Naja, das ist mal ganz lustig hier. Dämpfer Samstag, ja, Dämpfer Samstag hier das erste Mal bei mir zu Hause. Und kommst du in mein Zimmer rein, dreht sich so im Kreis. Könnte auch das Zimmer von einem 18-jährigen Waffenfanatiker sein. Irgendwie nerdig und irgendwie gruselig. Naja. Ein Prepper. Das ist bestimmt ein Prepper eigentlich. Jonas, wer bist du von den beiden? Ja. Guck mich an. Was? Guck mich an. Lol. Sieht aus, als ob du dein Schlacker hast. Ach echt, ja, ich weiß. Haben Gift vorne links reingemacht. Oh, anderes Team kommt. Uhuhu. Habe ich aber Glück gehabt, dass es kein Headshot war. Nordosten. Also zwei sind auf jeden Fall drüber. Dritten weiß ich nicht. Ein White Shirt. Hab einen. Hab einen Red Shirt gekillt. White Shirt hat mich. Ach komm, ey. Drei gegen einen. Let's go. Nicht. Alter, rechts, rechts. Oh, Jonas. Alter, Risky. Oh nein. Nein. Nee. Alter, nee. In dem Haus? Ich weiß nicht von wo. Lol. Unmöglich. Der hat keinen Sound gemacht. Der hat kein Geräusch gemacht. Null. Null. Der hat keinen Sound gemacht. Hä? Hä? Ja, kein Schritt Sound. Nichts. Gar nichts. Null. Null, komm mal null. Gar nichts. Aber gerade überhaupt. Ja, aber jetzt. Hast du gehört? Nee, ich hab ihn vorhin auch nicht gehört. Er hat sich auf dem Zugang kam. Ich bin, was er hat. Man klatscht zwei von seinen Freunden die Backen und auf einmal holt er uns alle drei. Alles klar. Hab einen. Schön. White Shot. Nochmal getroffen. Nicht gestorben. Hab sie mit nem roten Fass getötet. White Shot. Nochmal. Metall links. Ich bugge. Und ein Check. Einer ist down. Der ist down. Der ist down. Der ist down. Der ist gestorben. Dahinter ist ein White Shot. Dahinter ist ein White Shot. Auch auf pink. Ey, der kriegt keinen Damage. Jetzt hab ich ihn getroffen. Jetzt hab ich ihn. Da ist noch einer weiterfinden. Ja. Hab ich getackt. Hab ich. Ist tot. Die drei sind tot. Achso, wir haben was wichtiges vergessen. Eagle Gang. Go. Go. Oh. Ich hab einen Schuss abgekriegt. Okay. Was? Kein Headshot. Jetzt aber. Einer hier bei mir. Einen hab ich geheadshotet. Hab ich. Mit Dual-Wielding auf 28 Metern. Ey, das muss ihm peinlich sein, dieser Minus-Mensch. Wirklich, ey. White Shot. Offen die Straße hier bei mir. Tech. Down. Schön, schön, schön. Juck, schön. Tech. Ich hab reload. Ich hab reload. Down. Alter, er piekt halt immer wieder. Tech. Wieder. Jetzt ist er tot. Ja. Äh. Okay. Ich hab, glaub ich, einen Knickenoptik. Also, ich weiß, dass ich einen Knickenoptik hab. Aber, wisst ihr, wie ich meine? Wie bitte? Wie bitte? Never. Ever. Tech. Tech. Hier ist noch ein Team. Einer vom anderen Team hat sie getötet. Na, selbstverständlich hat er eine Crown & King. Na, selbstverständlich. Mal schweiß was. Decoy war nur ein Decoy war nur ein Decoy. Hab ihn. Der andere steht genau da vorne. Warte, 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 warte. Ist tot. Nass, hast du ihn wohl. Kann nicht weit sein. Nö, ist er nicht vor mir. Nice. Er hat mich geone-shottet und ich dachte, du guckst in meine Richtung. Na, weil du doch genau gegenüber gehockt hast am Haus. Auf dem Dach bei mir. Harder Hit. Hab ich. Einer drin, unten. Hard Hit. Ich hab ihn verfehlt. Tablen. Noch einer. Noch einer. Vor mir, Spieler. Tech. Researcher. Äh, fuck, zu langsam. Ist tot. Zombie hat ihn gehauen. Nee. Bei mir! Ich hab, ich hab gefan-fingert. Och Mann, oh ey, ich krieg ne Krise, Alter. Ich hab so gefan-fingert, Jungs. Warte mal, ich zünd mal das Hut hoch. Nimm's wieder hier. Ach, hast sie, hast sie, hast sie, hast sie. Ja, ich bin tot. Noch? Ich bin tot. Warte nochmal, ja. Nice, Hapshot. Oh, sie lebt schon wieder. Rechts. Nice. Jonas im Süßwaren-Laden hier, ey. Ja, echt so. Links, rechts, überall was einsam. Hier kannst du deine Waffe sauber machen. Guck mal. Du spielst Shooter lieber auf Konsole. Bist du als Kind mal von der Waschmaschine gefallen? Vom Fahrrad gefallen oder zu voll verdroschen oder? Nochmal tagged. Brownshirt über dir. Noch einer, Vorsicht. Nice. Vor mir. Sie rechts am Strand, White Shirt. Genau auf meinem Pink. Piekt die ganze Zeit auf meinem Pink. Hab ihn. Nach rechts. Ja, nice. Einer noch. Close. Hier, 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 hier. Muss er hocken. Nice. Erwachsene, die ein tödliches Spiel spielen. Das war ein Headshot. Die Macher des Spiels sind Verbrecher. Und es gibt natürlich Menschen, die arbeiten, um die aufzuhalten.